So meine Lieben, ein bisschen Kabelkram hier, ja, ähm, buenas tardes, buenas tardes sagt man um diese Uhrzeit auf dieser Insel, denn das heißt, schönen guten Nachmittag. Ja meine Lieben, heute ist Donnerstag, Donnerstag ist Dachtag und ich bin nicht alleine, da ist der Axel, genau hier, ja, der Axel ist auf der Insel und ich habe mich sehr gefreut, als wir den gerade unten am Treffpunkt abgefangen haben, er wollte noch ein paar Meter weiter gehen, er hat sein Navigationsgerät nicht eingeschaltet, irgendwo lockte ein Bierchen, ihr kennt ihn alle, das erste Bild, was er gepostet hat, wir sind da, mit einem Glas Bier daheim, ja, finde ich ganz toll, schön Axel, schön, dass du es geschafft hast, ja, wir sind auf dem Dach, das erste Mal für dich, Premiere, Ja, ja, ist schön, wir wollen gar nicht so laut sein, denn hier findet gerade eine Veranstaltung statt, ja, hier wird gerade was für den Körper und für den Geist getan, hier wird unendlich an einem Gummiband gezerrt, ob das gut ist, auf lange Sicht, fürs Gummiband bestimmt nicht, fürs Gummiband bestimmt nicht, man weiß es nicht. Ja, meine Lieben, wir haben ein bisschen seltsames Wetter, es ist nicht kalt, aber wir haben seit zwei Tagen einen recht heftigen Sturm, ja, aber gut, okay, auch das werden wir überleben, wir sind ja beide etwas massiver. Das wärmt. Das wärmt. Ja, das wärmt und wir werden nicht wegfliegen mit Sicherheit. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Es ist noch, also das Dorf ist noch relativ voll, weil jetzt ja gerade Ostern war und noch einige Leute von Ostern noch da geblieben sind so, aber die hauen jetzt auch die nächsten Tage wieder ab, dann werden wir sicherlich so ein kleines Loch haben, ja, und dann kommt schon der Mai und dann geht es hier wieder bei uns zur Sache. Ja, meine Lieben, wir machen gleich mal, wir wollen gleich mal über den Zaun gucken, wir machen euch gleich den Standschwenk. Axel, jetzt ist der Moment in Deutschland, sechs Millionen Zuschauer sind da, in Deutschland jemanden zu grüßen. Wird es jemanden grüßen? Hallo, ich grüße alle die Fans von der Kanpiker-Vor-Seite und besonders die Bettina ausschauen darf. Die Bettina sei hiermit gegrüßt von mir auch. Ganz herzliche Grüße. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Wir wünschen euch, jetzt ist morgen Freitag, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und? Lasst euch gut gehen. Genau. Und ja, wir schieben euch ein bisschen Sonne rüber. Ich habe gerade Bilder gesehen, in Deutschland schneid's. Gefällt mir. Damit wisst ihr, wenn ihr hier seid, warum ihr hier seid. Wir genießen die Sonne noch ein bisschen. Ganz genau so sieht's aus. Meine Lieben, alles Gute. Ciao. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020